Radio Fortuna Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann einmal Fortuna in der Champions League sehen können? Also ich glaube, wenn wir uns in diesem Jahr hier behaupten können und dann kontinuierlich aufbauen, also ähnlich wie Mainz oder Freiburg, glaube ich, dass wir in vielleicht vier, fünf Jahren mal Richtung Europa League kommen können. Und Champions League ist dann auch nicht mehr weit. Wenn die Fortuna jetzt nicht absteigt, dann besteht bestimmt die Möglichkeit, dass sie irgendwann nochmal international spielen. Ich denke mal, mit einer guten Wirtschaft und halt nicht Schulden zu machen und weiter solide zu spielen, dann könnte Fortuna in einigen Jahren, vielleicht in zehn, 15 Jahren wieder in der Champions League oder international spielen. Was müsste sich spielerisch bei Fortuna ändern, damit sie das so hoch schaffen, bis sie das da oben hin schaffen? Ja, erstmal muss die Verteidigung wieder solide stehen und der Sturm, der muss umgestellt werden. Dann ein paar gute Stürmer rein und dann werden auch Tore geschossen und dann wird auch wieder international gespielt. Ja, vielleicht, weiß man halt nicht. Finanziell ist Fortuna auf einem guten Wege, der Manager macht einen guten Job, der Trainer macht einen guten Job. Sportlich lief es ja bis zur Winterpause auch ganz gut. Mal sehen, wird sich zeigen. Was sagst du dazu? Also ich glaube auch, das liegt noch in weiter Ferne. Also Champions League jetzt davon zu reden, das ist irgendwie ziemlich utopisch jetzt gerade, weil es geht einfach jetzt nur gegen den Abstieg und da denke ich halt überhaupt noch nicht dran. Ich meine, klar wäre das super, wenn das irgendwann so wäre, aber momentan sehe ich da nicht allzu rosig. Was müsste sich ändern, damit die Fortuna eine Chance hat, sich da hochzuspielen? Ja, so 100 Millionen, irgendwie ein Investor, dann könnte ich mir das auch vielleicht nächste Saison vorstellen. Aber ich meine, klar, spielerisch ist das halt irgendwie noch ein Unterschied zwischen den Topmannschaften. Das ist einfach so und das liegt momentan einfach am Geld. Obwohl, wie Damian schon sagte, dass wir finanziell auf einem guten Wege sind, aber um jetzt erstmal unsere Schulden zu tilgen. Und ich glaube, mittlerweile sind sie ja getilgt, aber ja, da müssen noch einige Top-Leute dann auch mal kommen. Du sagtest auch gerade, dass es ja nicht so unwahrscheinlich ist, dass Fortuna noch mal da hochkommt. Was meinst du, was sich verändern müsste, vielleicht auch spielerisch, damit die Fortuna die Möglichkeit hat, da oben wieder mitzuspielen? Das weiß ich nicht. Das steht, glaube ich, in den Sternen. Also wie gesagt, das ist ein guter Weg, den der Verein generell eingeschlagen hat. Da hat sich ja in den letzten zehn Jahren unheimlich viel getan. Und ja, das kann, glaube ich, keiner prognostizieren. Ihr habt jetzt einen Dortmunder mitgebracht. Was sagst du denn dazu? Meinst du, Fortuna kann eines Tages noch mal da oben spielen? Ja, grundsätzlich natürlich schon. Warum nicht? Also das ist ja so im Fußball, dass wer viele Spiele gewinnt, viele Punkte kriegt und weit oben steht. Und damit kann natürlich auch die Fortuna grundsätzlich international spielen nochmal. Irgendwann, hoffentlich bald. Für mich würde es heißen, dass ein toller deutscher Verein international mit dabei ist. Und vielleicht dafür weniger Vereine aus Bayern oder aus Gelsenkirchen. Jetzt nochmal ganz allgemein. Du hast zwei Fortuna-Freunde. Gehst du öfters mit zur Fortuna ins Stadion? Oder ist das jetzt einmalig, weil dein Verein heute auch da ist? Ich bin heute tatsächlich das erste Mal im Stadion. Also ich bin da noch nicht reingekommen bisher. Ihr habt mich halt vorher erwischt. Aber wenn ich dann gleich drin bin, dann werde ich das erste Mal hier im Stadion sein. Und ja, das ist, glaube ich, die Antwort, oder? Dann viel Spaß und danke schön. Wie realistisch ist das, dass Fortuna eines Tages wieder in der Champions League oder international Fußball spielen wird? Sehr realistisch. Nicht in fünf Jahren, aber ganz bald. Was glauben Sie, was das Geheimnis daran sein könnte, was sich spielerisch verändern muss, was sich allgemein verändern muss, damit das bis dahin reicht? Ich glaube, Kontinuität. Also das, was im Moment bei Fortuna betrieben wird, ist das Erfolgsgeheimnis für die Zukunft. Was meinst du? Meinst du, Fortuna spielt irgendwann mal in der Champions League oder wieder international gegen die großen Vereine? Ja. Was sagst du dazu? Ich glaube, das auch. Die Fortuna hat Borussia Dortmund einen fantastischen Kampf geliefert. Doch gereicht hat es heute leider wieder nicht zu einem oder zu drei Punkten. Die Enttäuschung ist groß. Was sagen die Spieler nach dem 1 zu 2? Unglücklich, würde ich sagen. Also was unglücklich ist, selbst schuld teilweise. Also wir haben ja Möglichkeiten gehabt, um die Tore reinzuschießen. Wir stehen teilweise zwei Meter vorm Tor und schaffen es einfach nicht, das Ding unterzubringen. Dann, denke ich mal, hatten wir noch einen kleinen Elfmeter bekommen müssen mit einer roten Karte, weil das steht ja reise direkt vorm Tor. Ja, und ich meine, wir haben heute die Dortmunder, denke ich mal, so weit gehabt. Gut, die waren natürlich auch nicht in der Bestbesetzung da. Also heute war auf jeden Fall mehr drin. Trotzdem habt ihr kontinuierlich nach vorne gespielt. Womit haben die Dortmunder euch es dann trotzdem schwer gemacht? Ja, was es schwer gemacht hat, die haben ja eine gewisse Klasse. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht immer ein Konter reinläuft. Ich gehe natürlich mit einem schönen Sonntagsschuss in Führung, schieße dann schön oben rein und dann müssen wir natürlich wieder hinterher hin. Das haben wir, denke ich, mal ganz gut gemacht. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, schon in der ersten Halbzeit, wo wir es nicht ruhig zu Ende spielen, wo wir den Ball nochmal annehmen können vom Tor und dann schießen wir direkt. Ja, und in der zweiten Halbzeit müssen die Dinge einfach rein. Da kann man sagen, was man will, wenn man zwei Meter vorm Tor steht, muss man auch ein Tor schießt. Ich glaube, wir haben eine ganz ordentliche Leistung gespielt gegen eine gute Dortmunder Mannschaft, auch wenn sie jetzt nicht in den ganz großen Kalibern da aufgelaufen sind. Aber die sind ja trotzdem nicht so schlecht von ihrer Qualität her. Schade, eigentlich hätten wir einen Punkt verdient, gerne mitgenommen auch. Klaren Elfmeter, glaube ich, kann man nicht bekommen. Wir sind da ein bisschen selbst schuld, dass wir auch die klarsten Möglichkeiten nicht genutzt haben. Wir haben eigentlich nicht viel zugelassen. Das erste war eigentlich auch keine Chance, sondern ein Sonntagsschuss. Die zweite haben sie gut rausgespielt, muss man sagen. Wir haben da noch alles versucht und sind leider nicht belohnt worden. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Du bist spät reingekommen, aber es hat nicht mehr viel genutzt. Ja gut, ich bin reingekommen, da waren wir dann im Rückstand. Da waren wir auch schnell mit 2-0 im Rückstand. Ich denke, da war eigentlich das Spiel schon fast gelaufen. Die letzten 15-20 Minuten ist aber dann doch nochmal richtig heiß hergegangen. Da haben wir leider einen glasklaaren Elfmeter nicht gekriegt. Da wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Ich sage jetzt zwar nicht, dass wir deswegen gewonnen hätten, aber vielleicht hätten wir noch einen Punkt uns ergarnen können. Für mich leider eine ganz klare Fehlentscheidung. Ich spiele den Ball durch die Beine und der Matz hat ja auch selber gesagt, dass er Meter war. Hat er dir gesagt, ja? Ja klar. Unter der Hand oder vorhin? Ja, sicher. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er gesagt hat, aber ich denke, das hat man ja gesehen. Ich bin ja allein vom Tor. Wenn ich den Ball durchspiele, der fällt, ich stehe allein vom Torwart. Und dass man das mal nicht sehen kann, das kann man ja verstehen. Aber dann auch die Art und Weise, wie der dann mit uns Spieler umgeht. Und dass der teilweise unschön das Lächerliche zieht, das fand ich dann schon extrem hart hat. Das Tor von Dortmund zur Führung war ein Sonntagsschuss, hat Adam Bocek auch schon gesagt. Hätte die Partie auch ganz anders verlaufen können, denn ihr hattet anfangs ja doch einige sehr gute Chancen. Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr hättet die Dortmund? Klar, wenn du da vielleicht in Führung gehst, in den ersten zehn Minuten, da hat man vielleicht eher die Chancen. Da hatten wir ein, zwei gute Situationen, wenn wir da vielleicht in Führung gehen, dann läuft das Spiel vielleicht anders. Du musst halt immer einen Rückstand hinterherrennen, musst dann natürlich auch zum Ende des Spiels auch die Räume dann aufmachen, musst alles oder nichts schon fast spielen, dann kriegst du 2-0. Und dann haben wir eigentlich noch mehr aufgemacht und dann, komischerweise, hätte man dann fast sogar noch einen Punkt ergattert. Wie ist denn jetzt deine Prognose für die letzten drei Spiele? Worauf kommt es bei euch an, außer natürlich Punkte sammeln? Wie schwer ist es jetzt, so eine Enttäuschung auch zu verdauen und dann sich wieder aufzuraffen? Ja gut, das nächste Spiel geht wieder von Null los. Es ist alles noch drin. Natürlich, wir spielen jetzt in Frankfurt, wir haben Nürnberg und Hannover. Es sind so Spiele, da haben wir in der Vorrunde auch sechs Punkte geholt. Natürlich heißt das jetzt in der momentanen Phase nichts, weil wir jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber es ist auch so, wir können ein, zwei Spiele gewinnen. Wir können auch alle drei verlieren, das ist alles möglich. Aber eins muss man auch sagen, wenn man heute noch nicht gewinnt, dann hast du das halt auch am Ende nicht verdient. Aber ich denke, dass das immer noch möglich ist. Das wollen wir hoffen. Dann wünsche ich mir viel Glück und alles Gute. Danke, tschüss. Vielen Dank.